Ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten. Tausende jubeln in New York und vor dem Weißen Haus. Die Nachricht vom Tod Bin Ladens nach fast zehn Jahren vergeblicher Suche wirkt auf viele offenbar wie eine Erlösung. Ich warte darauf seit dem 11. September. Ich war in der vierten Klasse. Ich habe so viele Freunde und Familienmitglieder verloren. Es ist einfach ein tolles Gefühl. In Amerika gestern Abend stehender Applaus für den Präsidenten, parteiübergreifend. Nichts hat er sich seit vergangenen Freitag anmerken lassen, nachdem er den Einsatzbefehl gegeben hatte, wohlmöglich die wichtigste Entscheidung seiner Präsidentschaft. Ich treue mich, treue mich, treue mich, treue mich. Ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten. Ich treue mich, treue mich, treue mich, treue mich.